Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Reihe und zwar geht's los mit Git. Git ist eine Versionskontrolle von eurer Software, das bedeutet ihr könnt mit Git sozusagen euren Fortschritt tracken und falls euch was nicht gefällt, könnt ihr wieder zurückgehen an einen vorigen Ursprung. Das alles braucht relativ wenig Speicher und ihr könnt damit eigentlich noch viel mehr machen. Ihr könnt damit auch so Sachen machen wie auf verschiedenen Zweigen arbeiten, diese Zweige wieder zusammenführen. All das braucht man, wenn man als Team arbeitet und ja, das ist extrem notwendig und extrem geil auch. Deswegen möchte ich euch natürlich auch Git nicht vorenthalten. Okay, was wir als erstes machen ist, wir brauchen Git. Das bedeutet, wir machen einfach mal ein Terminal auf. Unter Windows könnt ihr das Ganze einfach installieren, da gibt es einen Download dafür, gibt es auch eine super Software, vor allem von GitHub glaube ich ist die. Unter Linux gibt es zwar auch super Software, aber häufig braucht man einfach die Kommandozeile beziehungsweise in Linux das Terminal. Ihr könnt die Befehle 1 zu 1 benutzen, nur die Installation sieht ein bisschen anders aus bei Windows. Da einfach mal nach der richtigen Variante googeln, absolut kein Problem. So, wir machen jetzt einfach ein AppGet, also sudo apt-get install git. So, das war es eigentlich auch schon. Bei mir ist es natürlich schon drauf. Also, ja, alles in Ordnung soweit. Was wir jetzt machen können ist, wir wollen in diesem Ordner hier, also in dem Ordner tutzgit, wollen wir ein neues Git Repository erstellen. Das machen wir, indem wir hier ein Terminal öffnen. Mein Terminal ist schon hier. Unter Windows müsst ihr Shift drücken und dann rechts klicken, dann kommt in Kommandozeile öffnen, glaube ich heißt das ganze Ding. Und jetzt könnte ich hier anfangen. So, was wir machen ist ein Git init. Das bedeutet, in dem Verzeichnis, in dem sich eure Kommandozeile beziehungsweise euer Terminal gerade befindet, wird ein neues Git Repository erstellt. Das kann ich einfach mal machen. Initialisiere leeres Repository in bla bla bla. Okay, und jetzt haben wir hier einen Ordner.git. Den braucht ihr euch eigentlich nicht genauer angucken. Der ist nur so da, weil er es einfach kann. Und, ähm, ja, das ist eigentlich auch schon. Jetzt haben wir sozusagen unser eigenes Repository erstellt. Der nächste Schritt ist, wir schauen uns an, was in unserem Repository denn eigentlich sein sollte. Ihr seht, wir haben hier einen leeren Ordner. Das heißt, da muss eigentlich nichts drin sein. Wir haben ja noch keinen Code oder sonst irgendwas. Und was wir dazu machen, ist einfach Git Status oder Git Status. Und hier steht jetzt auf Branch Master. Was Branches sind und was der Master ist, werden wir uns noch alles genauer angucken. Hier steht initialer Commit. Nichts zu committen, erstellen, kopieren Sie Dateien und benutzen Sie Git Ad zum Versionieren. Okay, machen wir doch einfach mal. Also hier steht jetzt, wir sind auf einem Superstatus. Jetzt, ähm, machen wir einfach mal ein neues Dokument. Das, keine Ahnung, was soll das sein? Ähm, wir schreiben jetzt einfach mal. Ach, warum lassen wir es nicht einfach als unbekanntes Dokument? Okay, ähm, unbenanntes, nicht unbekanntes. Ähm, genau. Und hier steht dann einfach drin, dies ist ein Dokument. Wer hätte es gedacht? So, und jetzt können wir dieses Dokument hinzufügen. Das machen wir hier wieder in der Kommandozeile und sagen einfach, also wir können jetzt hier sagen, nochmal Git Status oder Git Status. Und hier steht jetzt, unversionierte Dateien. Benutzen Sie Git Blablabla, unbenanntes Dokument. Nichts zum Commit vorgemerkt, aber es gibt unversionierte Dateien. Das heißt, wenn wir jetzt committen, was wir später erst lernen, was das ist, dann wird diese Datei erstmal ignoriert, weil diese Datei einfach nur nicht zu unserem Repository dazugehört. Ähm, und deswegen müssen wir sie erstmal hinzufügen. Das machen wir über Git, Add und dann den Dateinamen. Da können wir jetzt einfach mal, ups, ähm, einfach mal Tab drücken, dann wird das automatisch gemacht. Und ja, schon ist es fertig. Jetzt können wir nochmal Git Status ausführen. Und wir haben eine neue Datei, unbenanntes Dokument. Die ist jetzt grün. So, aber sie ist noch nicht committed. Das heißt, sie ist noch nicht drin in unserem Repository. Also sie wird, sie ist zwar drin, aber wir haben sie noch nicht hinzugefügt richtig. So, also was wollen wir natürlich machen? Wir wollen natürlich dieses Ding auch committen. Committen bedeutet sozusagen, wir erstellen einen Wiederherstellungspunkt in unserer Timeline. Also jetzt genau so, wie die Datei ist, so wie sie quasi leer, oder sie ist nicht leer, ähm, so wie sie quasi jetzt da rumfährt, so wird sie jetzt erstmal gespeichert. Und darauf können wir nachher wieder zurückgreifen, wenn wir Bock haben. Das heißt, wenn ihr irgendwelche wichtigen Änderungen gemacht habt, committet das Ganze. Sonst ist es quasi, ja, nicht gespeichert, um genau zu sein. Okay, git commit ist der Befehl. Minus m. M steht für die Nachricht. Das heißt, normalerweise wollt ihr eine Nachricht noch zu eurem git commit hinzufügen, was ihr da gerade gemacht habt. Wir schreiben jetzt hier einfach, ähm, edit unbenanntes Dokument. Vergesst die Anführungsstriche nicht, sonst habt ihr dann ein Problem damit. Okay, git commit minus m, edit unbenanntes Dokument und fertig. So, jetzt ist das Ganze hier durchgelaufen. Committer ist Morpheus, morpheus at root at themorpheus.de. Ihr Name und E-Mail-Adresse wurden automatisch auf Basis bla bla bla. Das braucht ihr alles nicht durchlesen, aber das ist im Prinzip das, was irgendwie relevant für euch ist. Ähm, also im Prinzip ist es wichtigster, eine File changed und eine Insertion. Das bedeutet, wir haben jetzt dieses wunderbare, unbenannte Dokument hinzugefügt. Das ist das Wichtigste an diesem ganzen Krempel, der hier oben steht. Ähm, gut. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich möchte gerne alle Dokumente hinzufügen. Das heißt, wir haben jetzt hier vielleicht noch ein Dokument und noch ein Dokument und jetzt wollen wir die alle hinzufügen. Dazu gibt es Wildcards, heißen die Dinger. Ist kein großes Hexenwerk, hört sich schlimmer an, als es ist. Einfach git add Sternchen und schon sind diese ganzen Dateien hier drin. Ihr könnt auch git add Sternchen, Moment, ähm, git add Sternchen.txt oder sowas machen. Damit könnt ihr alle Textdateien hinzufügen. Solche Dinger kann man wunderbar benutzen. Also Sternchen steht für alles. So, wenn wir jetzt wieder git status machen, dann haben wir hier neue Datei. Also wir haben auf Branch Master und zum Commit vorgemerkte Änderung, neue Datei das hier und neue Datei das dritte Dokument. So, jetzt wollen wir die natürlich auch committen und bei einem Commit werdet ihr automatisch alle Änderungen committen. Das heißt, ihr werdet automatisch beide unbenannte Dokument 2 und 3 werden beide committet werden. Das heißt, wir machen einfach git commit ähm, minus m, ähm, edit 2 und 3. So, und schon sind sie fertig. Jetzt haben wir hier 2 Files changed, 0 Insertions, 0 Deletions, äh, Deletions. Unbenanntes Dokument 2 wurde hinzugefügt und unbenanntes Dokument 3. So, wir hatten vorher eine Insertion hier. Das war, weil wir hier in das Dokument 1, also das, was wir als erstes hinzugefügt hatten, weil wir da auch Text drin hatten. Hier haben wir jetzt keinen Text drin, hier haben wir einfach nur diese Datei, die reingeschrieben wurde quasi. Und, ähm, ja, dadurch haben wir hier einfach nur 2 Files changed. Okay, so, jetzt haben wir hier die Möglichkeit und, falls wir das nicht mehr wissen, dass wir hier gerade, äh, eine Datei hinzugefügt haben und danach nochmal 2 und 3, haben wir die Möglichkeit, uns das Ganze anzugucken über git log. Git log zeigt uns alles, was da irgendwie passiert ist. Wer hat's committed? Wann hat das committed? Und was für ein Commit war's denn? Also, was für eine Nachricht war das? Achtung, die Dinger sind umgekehrt. Das heißt, der neueste Commit steht oben, der älteste Commit steht unten. Okay, das liegt da dran, dass wir normalerweise mal von oben nach unten lesen und wir wollen natürlich teilweise nicht die ganz alten Dinger, die schon lange wieder überholt sind, aber wir wollen jetzt, ähm, hier in unserem Fall einfach nur das Ding so benutzen. Okay, so, das war jetzt eine ziemlich lange Einführung. Im Prinzip könnt ihr schon so ziemlich 50% von Git. Was wir jetzt als nächstes machen werden, ist, wir wollen auf GitHub wechseln. Die meisten von euch werden das nicht nur lokal brauchen, sondern sie werden ihre Änderungen auch irgendwie online speichern wollen. Und dazu gibt's GitHub. Ähm, ja, und nächstes Video zeige ich euch dann eben, wie ihr das Ganze mit GitHub verknüpfen könnt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, lasst ein Like da, shared das Ganze und ich wäre sehr glücklich darüber natürlich wie immer. Okay, bis dann. Ciao. Ciao.